Bereiten Sie sich vielleicht gerade auf die Prüfung zum Sportbundführerschein See vor und bereitet Ihnen die Lichterführung, die vor Ihnen liegt, Kopfzerbrechen, dazu die Tagsignalkörper und die Nebelsignale, dann kann Ihnen unser Lehrfilm Positionslaternen helfen. Wir führen Sie in diesem umfassenden Film Schritt für Schritt in dieses Thema ein. Erfahren Sie zunächst in einer kurzen Einführung etwas über die Geschichte der Lichterführung. Wie ist die Lichterführung aufgebaut? Was hat es mit den Sektorendichtern auf sich? Anschaulich wird die Lichterführung der Schiffe erklärt. Animierte Bilder helfen, die Lichterführung zu verstehen, genauso wie die Tagsignalkörper. Bei verminderter Sicht sind die Nebelsignale wichtig. Sie erlernen leicht, wie die Lichterführung der verschiedenen Fahrzeuge aussieht und wie Sie diese richtig deuten. Wann müssen Positionslaternen geführt werden? Nicht nur bei Nacht, sondern auch bei Regen und Nebel. Die Lichterführung ist ein wichtiger Bestandteil der Kollisionsverhütung. Erlernen Sie diese gewissenhaft. Sie gibt Ihnen und allen anderen Verkehrsteilnehmern die so wichtige Sicherheit auf Sie.